Wir sind jetzt gebadet und mit dieser Lösung, sieht natürlich schlimm aus, muss jetzt einwirken. So, das machst du fein. Und was natürlich auch gemacht wird, die Nase hat hier Krusten. Das kommt vom euren Wetter, obwohl sie ja gar nicht draußen ist. Und dann machen wir jetzt mal so eine kleine Watte, Kompresse. Und dann hält Nani still, weil das schön ist und wird gekrault. Du bist so fein. So ein feines Mädchen. Das ist Nani's andere Foto. Armbach, ne? Das sieht man gar nicht richtig, oder? So, dann, das macht nix. Mach wieder runter. So. Und streicheln wir dich ein bisschen dabei. Weil das dauert jetzt eine Zeit lang. Das muss ja alles einwirken. Und die Nasenkompresse ist auch schön. Es wird nachher alles eingecremt. So, sie hat feines Mädchen. Wir sind froh, dass du so lieb dabei bist, ne? Ja, das machst du alles fein. Das ist so lieb dabei. 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 Vielen Dank.